Musik Hallihallo Freunde und herzlich willkommen. Dieses Video sollte für euch eine Hilfestellung sein, ein LAN bzw. WLAN Netzwerk für private Zwecke oder für eine kleine Firma aufzubauen. Ich werde versuchen, mich so simpel wie möglich auszudrücken, damit mir wirklich jeder folgen kann und keiner einschläft und mir vom Stuhl fällt. Der Plan für heute wäre, als erstes ganz simples Netzwerk aufzubauen, PC, Modem, Internet und das natürlich mit LAN und WLAN. Der zweite Schritt, da gehen wir etwas mehr ins Detail, schauen uns an, wie man ein Heimnetzwerk bzw. eine kleine Firma aufbauen kann mit mehreren PCs, mit fixen APs und übergreifende Ordner bzw. Laufwerke. Bevor wir anfangen können, über ein Netzwerk zu reden, müssen wir mal verstehen, was aufgebaut ist. Wir haben hier in grün die PCs. Die PCs laufen in einen Switch, der Switch in einen Modem, das Modem in einen DNS-Server und der DNS-Server sucht Internetseiten, wie zum Beispiel Google oder auch YouTube. Fangen wir an. Grün, die PCs, da könnte es jetzt zum Beispiel Laptop sein, es könnten Tablets sein, es könnten Commuter sein, es könnte auch ein NAS-Server sein, es könnte ein Cloud sein, es könnte alles mögliche sein, das irgendwo mit Internet verbunden ist. Switch und Modem. Switch. Switch ist jetzt nicht unbedingt nötig in einem Netzwerk, wird aber meistens aus optischen Gründen bzw. aus platzsparenden Gründen verwendet. Ein Switch ist ein Verteiler. Man könnte natürlich auch jetzt direkt mit allen LAN-Kabeln über das Modem gehen und sich den Switch sparen, nur wenn die PCs ungefähr so 10-15 Meter vom Modem entfernt stehen, ist es optisch natürlich schöner, wenn ein LAN-Kabel zum Modem geht, anstatt das 6 ins Modem gehen. Modem. Zum Modem brauche ich glaube ich nicht viel erklären. Modem ist ein Verteiler, der mit dem Internet angeschlossen ist. DNS-Server. Für DNS-Server muss man etwas weiter ausholen. Jetzt möchte man zum Beispiel die Internetseite www.kugel.at aufrufen. Im Internet gibt es aber die Seite www.kugel.at nicht. In Wirklichkeit, um auf die Seite Google zu gelangen, müsste man die IP-Adresse vom Server aufrufen. Die würde so ähnlich aussehen wie unten unter www.kugel.at hingeschrieben. Weil sich kein Mensch die Zahlenkombination merken kann bzw. merken will, gibt es einen DNS-Server. Der DNS-Server wandelt die Zahlenkombination in eine Kürzelung. Hier zum Beispiel www.kugel.at. Und das heißt, der User muss nur noch www.kugel.at einschreiben, damit er auf die gewünschte Seite kommt. Nun aber genug von der Theorie. Ich würde sagen, wir wechseln die Praxis. Ein LAN-Netzwerk mit einem PC und Internet. LAN-Netzwerk mit einem PC. Die Grundeinstellungen von Windows 10 sind eine automatisch bezogene IP-Adresse und ein privates Netzwerk. Hier muss man fast gar nichts machen. Einfach das LAN-Kabel nehmen, ins Modem und in den PC bzw. Laptop stecken und schon öfters. WLAN-Netzwerk mit einem PC und Internet. WLAN-Netzwerk. Erste Voraussetzung für ein WLAN-Netzwerk ist, dass der Laptop oder der PC WLAN-tauglich ist oder man einen WLAN-Adapter gekauft hat. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, drückt man unten in der Taskleiste auf das WLAN-Symbol, hier mit einem Pfeil dargestellt. Es sollte sich ein Fenster öffnen, wo euer Router angezeigt wird. Solltet ihr nicht wissen, welcher Router euch gehört bzw. euer WLAN-Passwort nicht mehr wissen, er steht auf der Hinterseite des Routers. Einfach eingeben und schon seid ihr verbunden. Wir sind in Part 2 unseres Videos angekommen, Heimnetzwerke mit mehreren PCs bzw. für kleine Firmen. Für Firmen ist es oft sehr wichtig, eine fixe IP-Adresse zu besitzen oder auf einen anderen PC zuzugreifen, ohne den Arbeitsplatz zu wechseln. Und genau das wollen wir uns jetzt ansehen. Um eine fixe IP-Adresse zu vergeben, müssen wir zuerst nachschauen, welche IP-Adresse noch frei sind. Denn es darf niemals zweimal die gleiche IP-Adresse in einem Netzwerk geben. Dafür muss man die Konsole des Commuters öffnen. Hier gibt es zwei verschiedene Wege, wie man das machen kann. In der Taskreiste die Lupe klicken, CMD reinschreiben, Enter klicken und die Konsole öffnet sich. Oder man kann hergehen, auf der Tastatur Windows und R gleichzeitig klicken, dann öffnet sich das Fenster ausführen, dort CMD reinschreiben und wieder Enter drücken. In die Konsole muss man dann ARP-A schreiben und Enter klicken. Hier werden dann alle vergebenen IP-Adressen im ganzen Netzwerk angezeigt. Jetzt müssen wir uns eine IP-Adresse aussuchen, die noch nicht vergeben ist. In unserem Fall heute nennen wir uns 192.168.0.5. Damit wir unsere IP-Adresse selbst einstellen können, müssen wir die IP-Adresse des Routers rausfinden. Hierfür öffnen wir wieder die Konsole. Wir schreiben oben id.config.all ein und drücken Enter. Nach ein klein wenig Suchen findet man Standard Gateway mit einer IP-Adresse hinten. Das ist die IP-Adresse des Routers. Die sollte man sich merken bzw. aufschreiben. Wir wissen jetzt unsere IP-Adresse und die IP-Adresse des Routers. Jetzt können wir unsere Commuter mit einer fixen IP-Adresse belegen. Der Vorgang ist jetzt bei LAN und WLAN der gleiche. Unten in der Taskleiste wieder aufs Netzwerk-Symbol klicken und dann auf Netzwerk- und Internet-Einstellungen. Im geöffneten Fenster auf Adapteroptionen ändern klicken. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster mit Ethernet und WLAN. Kommt drauf an mit welches man verbunden ist. Rechte Maustaste drauf und Eigenschaften. Es öffnet sich wieder ein Fenster. Dort sucht man Internet-Protokoll Version 4. Drückt drauf und wieder Eigenschaften. Hier können wir unsere IP-Adresse eingeben. Es müsste die IP-Adresse automatisch beziehen angekreuzt sein. Hier kreuzen wir folgende IP-Adresse verwenden an. Wir schreiben bei IP-Adresse unsere ausgedachte IP-Adresse von vorhin ein. 192 168 05. Bei Subnetzmaske einfach einmal draufklicken. Was das ist, ist recht schnell erklärt. Das ist wie beim Telefonieren. Man braucht eine Ortsverwahl und die IP-Adresse ist die Telefonnummer. Standard Gateway haben wir gerade vorhin rausgefunden. Und DNS-Server nehme ich am liebsten den von Google. 8.8.8.8 Unter Alternative DNS-Server 8.8.4.4 Dann auf OK drücken. Dann schließt sich das Fenster. Beim nächsten Fenster auf Schließen klicken. Schließt sich wieder das Fenster. Und dann müsst ihr die IP-Adresse umschalten. Wir haben jetzt einem PC erfolgreich eine IP-Adresse zugewiesen. Jetzt schauen wir uns an, wie man einen Ordner bzw. Laufwerk im Netzwerk freigeben kann. Hier sieht man, dass momentan drei Ordner von meinem PC im Netzwerk freigegeben sind. Wir werden hier jetzt einen neuen Ordner stellen und diesen im Netzwerk freigeben. Dazu rechte Maustaste auf den neuen Ordner, Zugriffgewehren auf, rüberfahren und auf bestimmte Personen freigeben klicken. Dann kann man sich auswählen, für welche Personen man den Ordner im Netzwerk freigeben will. Dann auf Freigabe klicken und dann auf Fertig klicken. Und schon ist der Ordner bzw. das Laufwerk freigegeben. Wir haben jetzt unserem PC eine IP-Adresse zugewiesen und einen Ordner im Netzwerk freigegeben. Wir sind sozusagen fertig. Windows wäre aber nicht gleich Windows, wenn das alles so einfach sein würde. Es ist jetzt eine 50-50 Chance, ob unsere Commuter im Netzwerk angezeigt wird oder nicht. Um dieses Problem kümmern wir uns jetzt. Wieder auf dem Desktop angekommen, drückt man das Windows-Zeichen und R, um auswählen aufzuruhen. Hier muss man dann appwitz.cbl reinschreiben. Enter klicken und es öffnet sich wieder ein Fenster. Dann auf Windows-Features aktivieren oder deaktivieren klicken. Es öffnet sich ein weiteres Fenster mit ganz vielen Ordner drin. Hier fährt man so weit nach unten, bis man SMB1.0 findet. Dort sollte ein Haken sein. Wenn kein Haken ist, einfach ankreuzen. Den ganzen Ordner aufmachen und ankreuzen. OK klicken und wir haben den ersten Schritt schon geschafft. Und der letzte Punkt, um erfolgreich ein Netzwerk aufzubauen und alle Commuter zu sehen, gehen wir jetzt an. Zurück auf dem Desktop öffnet man die Lupe, schreibt Dienste rein und drückt Enter. Schon öffnet sich das Dienste-Fenster. Dort klickt man irgendeinen Dienst an und drückt die Taste F. Wir brauchen die zwei Funktionen, Funktionssuche-Anbieter-Boss und Funktionssuche-Ressourcen. Die müssen beide auf automatisch eingestellt sein. Wenn das nicht der Fall sein sollte, Doppelklick drauf, öffnet sich ein Fenster, einfach auf automatisch stellen, übernehmen, klicken und OK klicken. Wenn das alles geschafft ist, ist der Commuter im Netzwerk ersichtlich, man kann andere Commuter sehen, der Ordner muss freigegeben sein und man hat es endlich geschafft. Jetzt nur noch schnell die Erlaubnis vom Commuter freigeben, dass die anderen Commuter auch arbeiten dürfen mit. Dafür wieder aufs Netzwerksymbol, Netzwerk- und Interneteinstellungen, Netzwerk- und Freigabesenter, erweiterte Freigabeeinstellungen ändern. Und hier muss man bei Privat das Netzwerk freigeben, dass der Commuter sichtlich ist. Man sollte sich die Sachen beim privaten Netzwerk und bei allen Netzwerken durchlesen und anhaken, was man braucht. Den Commuter einmal neu starten und es sollte alles gehen. Somit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Über ein Abo und ein Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.